Willkommen zurück zu Final Fantasy X. Ja, wir haben in der letzten Folge diese Georgie Prüfung des Tempels bestanden. Und jetzt gehen wir mal gucken, was noch so Phase ist. No matter how dark the night, morning always comes. And our journey begins anew. Ja, wenn die Reise weitergeht, dann warten wir da noch. Auf Yuna warten wir noch. Oh, der spricht jetzt. Ja, ist auch gut. Reisevorbereitungen habe ich eigentlich schon erledigt, glaube ich. Wüsste ich gar nicht mehr. Äh, ne. Da. Items. Mann. Äh, das habe ich so viel... Was passt eigentlich? Ach, hier. Wenn wir auch noch machen. Setz mal den da hin. Benutzen. Ruitart Heap. Aha. Erlernt. Gut. Nächster bitte. So. Rechts so natürlich. Und so. Kraft. Okay. Noch eine Kraft. Alter. Wie viel Leben der gekriegt hat, ist er... Alter, alter. Alter. Ach, hier fehlt wieder so ein Ability-Ding. Müssen wir den noch mal stehen lassen. Ah. Lulu hat auch noch was, aber das gucken wir später. Boah, jetzt mach hin. Fräulein. Fräulein, jetzt mach hin. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Fräulein, jetzt mach hin. Frauke. Ich halte der Prüfung zum Versiegelt. Gebe bitte zum nächsten Tempel. Na, wo ist die alte dann? Jetzt komm raus. Ich habe den ganzen Tag Zeit hier. Mann, oh Peter hier. We're leaving once you... Ah, ja, das hat man schon gehört. We're leaving once you get here. Ja, wir wissen's. Hier hinten gar nichts für mich. Da hinten was für mich? Ja, eine Kiste. Ability. Na, es geht doch. Das wollte ich doch bloß. Ability. Wird erlernt. Na, das ist doch super. Passt doch. Kann man auch den Hittelstück weiter bewegen. Der Lulu. Welche Richtung gesetzt muss er? Da lang. Abwehrkraft steigt um vier Punkte. Ich spiele viel zu viel zwischendurch. Da komme ich manchmal mit der Steuerung hier ganz schön durcheinander. Wo bleibt die denn jetzt? noch eine Kiste. Noch eine Kiste. Viertausend. Geld. Geld. Oh, alter. Komm raus. los. Wo bleibt die alte? Ich habe Reisevorkehrungen getroffen. Meine Herren, alter. Weiber. Hallo? Das zieht bloß unnötig in die Länge. Bleibt die Kuh. Komm im Gasthausch. Können wir ja nochmal gucken. Vielleicht vergeht ja dann ein wenig Zeit. Habe ich schon. Lalalala. Hier habe ich schon alles gekauft, alter. Mann. Quark nicht, jetzt hole die alte da raus. Meine Herren. Habe jetzt mit allen gequatscht, habe eingekauft. Warte. Hab ich. Hab sie gerade schon zwei Kisten abgesucht. Mann, Mann, Mann. Ich gehe zurück zu Besaid. Luzu wäre weg. Ja. Es wäre schwer zu kämpfen, nicht? Die meisten der anderen Crusader sind bereits weg. Ich gehe bald. Gehen wir mal hier unten gucken. Wo muss er doch sein? Die Pentaseelen ruhig. Ja, finde ich ja super. Alter, das ist doch nie euer Ernst. Allheilmittel. Steh auf jetzt da. Wir haben Hobbys. Glaube ich. Sie war arbeiten bis dawn. Sie war arbeiten bis dawn. Healigen die Wounded. Senden die Fallen. Okay. Ich denke, ich werde sie einfach schlafen für jetzt. Also, jetzt so. Ah. Morgen. Was? Morgen? Schlafmützchen ist aufgestanden. Schlafmützchen ist aufgestanden. Ein Schlafmützchen mit einem Schlafmützchen. Was ist der Welt gekommen? Du könntest mich aufgewachsen. Wir haben dich aufgemacht. Aber mit all diesem Schlafmützchen... Was ist heute? Jeder ist auf mich. Sie auch, Herr Oren? Als Frau Yuna fixiert, wir gehen. Ich habe das wirklich nicht so gemacht in lange Zeit. Es war nur später, dass ich das Gefühl habe. Der einzige, der wirklich schlafen war, war ich. Schlafmützchen wäre das einzige, das sie gehen würde. Da wurde meine Yuna ein wenig gemobbt. Weil sie verpennt hat. Wie nett. Aber endlich gehts weiter. Weiter geht die Reise... und was auch immer alles wo man sich gut kommt. Schön, Frau Yuna. Es wird aber mündig sein, seit Sie so hart in die Nacht arbeiten. Will you be okay? I feel that I have rested enough. But thank you for your kindness. Will you be leaving too? Yes. First we cross the moonflow, and then we head north in search of Chocobos to replace those we have lost. Once we find Chocobos, our mounted forces will ride again. Huh? Aren't you missing someone? Captain! Wait for me! What took you so long? We're leaving. You expect me to keep up with a Chocobo? Lady Yuna, I wish you good fortune. Elma, Clasco, let's go. Ma'am. Eh? Can I just rest a sec? No complaints. Oh, der arme Doof hinter den Vögeln hinterher rinnt. Na mal gucken, was jetzt kommt. We cross the moonflow. Gotcha! Moonflow Baby, here we come! Na dann. What's here, Louis? Hier gammeln ja alle rum. Oh my god. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah. Ah, 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 ah. Was bist du denn? I'll take you all on! Verlangsamten Gegner. Okay. Okay. Anpeilen. Kraftbrecher. Auf dem Kopf. Auf dem Kopf. Den wechseln wir mal schnell aus. Weil der ist vergiftet. Machen wir mal weg. Jetzt ist der vergiftet. Geil. Yuna, du kennst deinen Job. Mach dem mal heile, heile. So. Anfällig gegen Feuer. Da kenn ich doch jemanden. So, du brauchst jemanden mit Magik-Skills. Jetzt. Na komm. Den hier wieder. Man weiß ja nie. Hm. Trufter. Schön das Angreifen verhindern. Haben alle volle Gesundheit. Ich weiß nicht, was ich mit ihr machen soll. Haut drauf. So. Und. Der letzte Heap. Du musst dich mal selber hin, Mädchen. So. So. Wie viel Leben hat denn das Ding? Das ist ja furchtbar. Oh, grad war die Hälfte, eier. Hallo? Geht's noch? Zum Glück hat Lulu genug Mana. Das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Nicht vergiftet. Dennoch hat sie nicht draufgekriegt. Das muss ich wieder heilig gemacht werden. Und jetzt dauert es ja nicht mehr lange. Hm. Ist Lulu Immune gegen Gift oder was ist hier los? Das hat ja jetzt so lange genug gedauert. Das hat ja jetzt so lange genug gedauert. Und die halten wieder ein Level ab. Nee. Gewegen bitte. Äh. Achso, da lang. 20 zusätzliche Mana-Punkte. Das ist gut. Lulu kriegt mehr Lebenspunkte. Was machst du? Okay. Das war eine Info. Oh nö. Ne. Ne. Schon wieder. Das ist doch wieder so ewig. Nee. Tschüss. Wir wollen einfach ankommen. Und die ewig hier rumgammeln. Wir wollen einfach ankommen. Das sieht nach Eis aus. Also Feuer. Das ging ja schnell. Schau. 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 Haben die zwei etwas gegen dich? Was? Sie waren nur auf dich? Kimmari will mit ihnen. Und ich werde helfen. Kimmari alleine. Aber... Es ist Kimmari's Problem. Wir können in der Führung. Es ist eine Runde. Ich bin Angst. Los geht. Ich werde die Ronsau-Klose-Klose-Klose-Klose-Klose-Klose, ja? Das ist wie immer. Ich meine, ich bin Angst, dass die Summoner die Geist nicht mehr verletzt. Sie sind nur in der Lüge zu verletzt. Hey, wenn wir Guardianen machen, kein Problem, ja? Ich bin sicher. Ja. das dauert zu lange ich will ja langsam einfach ankommen Explosion Oh, das geht Na komm Mach platt Oh, das geht